Stefan Mross und seine Eva Luginger gehen nicht zusammen auf die Bühne, wenn es nur so einfach wäre. Sie hat es doch versprochen. Stefan Mross, 47, weiß ich sicher, Freundin Eva Luginger, 35, ist endlich eine Frau, die nicht auf seine Kosten Karriere machen will. Obwohl sie auch Sängerin ist. Sie ist im Hintergrund, das will sie auch. Sie wird hinter mir stehen, mich unterstützen, schwärmte er. Doch an diesem Oktobertag in Balingen herrscht plötzlich Riesenaufregung hinter den Kulissen eines Auftritts. Eva zeigt plötzlich ihr wahres Gesichtpunkt Stefan Mross und Eva Luginger, zusammen auf der Bühne. Jetzt also doch. Es ist der Auftakt von Stefans immer wieder Schlager-Tour Baden-Württemberg. Eigentlich soll an diesem Abend die Schlagersängerin Niki, 56, mit ihm auf der Bühne stehen. Doch die musste krankheitsbedingt absagen. Was nun? Wer soll ihren Platz einnehmen? Oder muss das Programm geendet werden? Nein. Auf gar keinen Fall. Eva Luginger ist ja da, und nutzt die Gunst der Stunde. Vergessen ihre Schwüre, sie wolle nicht mit ihrem Stefan auf der Bühne stehen. Seine Berühmtheit nicht ausnutzen, so wie noch Ehefrau Anna Karina Wojciak, 30, damals. Mit großen Worten versprach sie im April, ich will bei Stefan die Frau im Hintergrund bleiben. Ich habe ja einen ähnlichen Werdegang wie meine Vorgängerin und möchte nicht, dass spekuliert wird, dass ich nur wegen meiner Karriere mit ihm zusammen bin. Punkt Stefan Mross und Eva Luginger, Schlager-Nacht bestreiten sie gemeinsam. Punkt sechs Monate später sind diese Worten nur Schall und Trauch. Flink springt Eva an diesem Abend in die Bresche. Gemeinsam geben die beiden das Lied Ein-Festival der Liebe von Jürgen Markus 69, zum Besten. Und alle können sehen, wie sehr Eva es genießt, im Scheinwerferlicht zu stehen. Punkt und es soll nicht der letzte Auftritt von Eva Luginger und Stefan Mross sein. Denn im Juli 2024 wird er ihr Stargast bei der siebten Eva Luginger Schlager-Nacht sein. Ob sie das alles von langer Hand geplant hat? Ob Eva es nur auf Ruhm abgesehen hat? Ich bin sehr glücklich mit ihr, sagt Stefan. Nur, wie lange noch? Anna Karina Woitschak, ist Stefan Mross ein Lügner? Viele Zuschauer sehen die Sängerin derzeit in der RTL-Show die Verräter. In der Sendung sind Lügen an der Tagesordnung. Das kennt die 30-Jährige auch aus ihrer Vergangenheit. Ich bin selbst in meinem Privatleben leider schon sehr oft angelogen worden und ich würde sagen, dass ich in den letzten Jahren doch sehr viel Menschenkenntnis sammeln durfte, so Anna Karina. Menschen, die lügen, die habe ich Gott sei Dank immer recht schnell aus meinem Leben aussortieren können. Wenn sie wohl damit meint, dürfte jedem klar sein, ihren Ex Stefan Mross. Anna Karina Woitschak im Interview, liebende Ehefrau war nur noch gespielt. Ganz ehrlich war die 30-Jährige Anna Karina aber auch nicht. Obwohl sie seit Monaten getrennt waren, spielte Woitschak vor den Kameras die liebende Ehefrau. Natürlich gibt es mal Phasen oder Zeiten, in denen es einem nicht so gut geht, wo man trotzdem auf der Bühne steht und auch gewissermaßen mal ein Poker-Face auflegen muss, gesteht sie schöne Woche. Ich bin aber kein Fan von Lügen. Ich bin ein großer Wahrheitsverfechter und ich glaube auch, dass man im Leben wirklich mit der Wahrheit am weitesten kommt. Ich bin ein paar Jahreach und ich bin ein paar Jahre nachagua. Ich bin ein paar Jahre nach Hause, ich bin ein paar Jahre nach Kameras. Ich bin ein paar Jahre nachher.